Christian Ludwig zu Brandenburg-Schwedt war Prinz von Preußen aus dem Haus der Hohen Sollern und Offizier. Leben Christian Ludwig war der jüngste Sohn von Friedrich Wilhelm, Kurfürst von Brandenburg und dessen zweiter Gemahlin Dorothea Sophie, Prinzessin von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, verwitwirt Erzogin von Braunschweig-Lüneburg. Da Kurfürst Friedrich Wilhelm bereits einen Thronfolger aus seiner ersten Ehe, den damaligen Kurprinzen Friedrich, besaß, fürchtete Dorothea Sophie um das materielle Wohl ihrer nachgeborenen Kinder, die aufgrund der geltenden Primogenitur kein Anrecht auf brandenburgisch-preußische Gebiete hatten. Den Nachkommen des Kurfürsten aus dessen zweiter Ehe wurden daher die Herrschaften Schwedt, Vierraden und Wildenbruch sowie der Großteil der Erbmasse der reichen Kurfürstin Dorothea Sophie zugestanden. Diese Nebenlinie der brandenburgischen Hohen Sollern, die jedoch über keinerlei Souveränität oder landesherrliche Rechte verfügte, benannte sich nach ihrer Residenz, die sie später barock ausbauen ließen, Brandenburg-Schwedt. Aufgrund vorangegangener Belehnungen der Hohen Sollern zu gesamter Hand und altem fürstlichen Erbrecht stand allen Kindern auch der Titel eines Markgrafen zu, der nach dem Erlangen der preußischen Königskrone 1701 durch den nunmehrigen Friedrich I. um den Titel eines Prinzen von Preußen erweitert wurde. Oberhaupt der Linie war jedoch Christian Ludwigs Bruder Philipp Wilhelm. Ihm selbst blieb nur ein finanzieller Anteil an der Apparnage sowie die Anwartschaft auf die Nachfolge für sich und seine Nachkommen im Falle eines Aussterbens der Schwederhauptlinie oder gar der Kur bzw. späteren königlichen Linie. Ein solcher Fall trat jedoch nie ein. Nach dem Tode seines Halbruders 1713 folgte ihm dessen Sohn Friedrich Wilhelm I., also Christian Ludwigs Neffe, auf den Thron. Dieser verfolgte einen rigiden Sparkurs, schaffte die aufwendige Hofhaltung und das prunkvolle Zeremoniell seines Vaters und Vorgängers ab und nutzte die frei werdenden Mittel zur Aufstockung der Armee. Was ihn als Soldatenkönig bekannt machte, musikalisch war er allenfalls einigen Werken von Georg Friedrich Händel zugetan. Seinem Onkel Christian Ludwig, der ein großes Interesse an Musik und den Künsten hatte, gestattete der König jedoch die Beibehaltung einer eigenen Kapelle im Berliner Stadtschloss und übertrug ihm die Herrschaften Malchow und Hainersdorf diese brachten Christian Ludwig zusammen mit seinen Einkünften aus dem mütterlichen Erbe, seinem Offizierspatent als Generalmajor und später Generalleutnant in Stettin und als Regimentschef des Regiments zu Fuß sowie seinem Amt als Herrenmeister von Sonnenburg und Administrator und evangelischer Dompupst von Halberstadt allein für das Jahr 1734 48 945 Thaler ein. Er war zudem der vierte Empfänger des Preußischen Ordens vom Schwarzen Adler. Im Winter 1718 besuchte Johann Sebastian Bach die Stadt Berlin und beeindruckte den musikbegeisterten Christian Ludwig mit seinem Können. Christian Ludwig bat Bach um einige seiner Kompositionen und erhielt im Frühling 1721 eine Partitour mit dem Titel »Six Concerts avec Placieux – Instruments«, die heute unter dem Namen »Brandenburgische Konzerte« bekannt ist. Christian Ludwig starb kinderlos auf seinem Herrensitz Malchow und wurde in der Krypta des Berliner Doms bestattet.